Hallo, ich erkläre dir heute die Grundlagen der Blank Homepage. Wir befinden uns derzeit auf der normalen Seite, die auch jeder Besucher sieht und die nennt man in der Websprache Frontend. Um diese Seite nun bearbeiten zu können, Artikel anlegen zu können etc., müssen wir in sogenannte Backend wechseln und das finden wir bei WordPress, so heißt die Software, die uns die Seite generiert, unter wp-admin. Dort können wir uns dann mit unserem Benutzernamen und unserem Passwort anmelden. Als erstes gelangst du bei WordPress im Backend auf das sogenannte Dashboard. Das sollte eine Zusammenfassung über die wichtigsten Teile deiner Homepage geben, zum Beispiel Statistiken, News von bestimmten Plugins, WordPress, Nachrichten, wie viele Artikel, Seiten, Kommentare es insgesamt gibt etc. Du kannst die einzelnen Fenster, die du hier siehst, auch auswählen. Das geht hier oben über Optionen und kannst zum Beispiel die Optionen der News, Kommentare von Blueberry deaktivieren oder die Statistiken dazu. Du kannst WordPress-Nachrichten ausschalten, den Admin-Guide, Notepad etc. Du kannst auch Fenster ganz einfach via Drag & Drop an eine andere Stelle ziehen und so dein individuelles Dashboard anordnen. Unter wp-pivik findest du die genaue Auflösung unserer Seitenstatistiken. Dazu zählt die Besuche pro Tag, die Seitenanzahl, welcher Browser benutzt wurde etc. Es dauert ein bisschen zum Laden, es sieht dann ungefähr so aus und da kannst du dich hier einfach mal durchklicken und dir die einzelnen Sachen ansehen, welche Seiten wurden angesehen, welche Keywords wurden benutzt, um unsere Seite zu finden, über welche Webseiten sind die Besuche gekommen etc. Da kannst du dich gerne einfach mal durchklicken. Weiterhin unterscheiden wir bei uns zwischen Beiträgen und Seiten. Bei einer WordPress-Seite, die du hier auch über zur Seite aufrufen kannst, also das Frontend, haben wir einmal Artikel, zum Beispiel solche hier und Seiten wie hier oben. Seiten dienen dazu, feststehende Elemente im Menü zu sein, wie zum Beispiel Impressum, Kontakt etc. Und Artikel dienen dazu, in chronologischer Reihenfolge in bestimmter Anordnung auf der Homepage unter einem Menüpunkt zu erscheinen. Daher nutzen wir die Option Beiträge, um unsere Artikel zu erstellen und Seiten, um zum Beispiel ein Impressum anzulegen. Unter Medien können wir bestimmte Fotos, Audios oder Videos hochladen und dann in die Artikel reinbringen. Das ist unsere WordPress-Mediathek. Unter Kommentare können wir einsehen, wer wann welche Kommentare zu welchem Artikel abgegeben hat. Wir können darauf antworten, wir können den Kommentar als Spam einstufen, ihn löschen oder ändern. Weiterhin hast du die Möglichkeit, hier unter Profil dein eigenes Profil zu bearbeiten. Dazu zählt, dass du deine Webseite eintragen kannst, biografische Angaben machen kannst, Twitter oder Facebook-Accounts anlegen kannst und das wird dann später in einer sogenannten Autoren-Box unterhalb deines Artikels alles angezeigt. Soweit die Kurzeinführung zu unserer Seite. Alles weitere zu den genauen Funktionen in weiteren Videos. Viel Spaß!